Im Schweiß deines Eingesichts sollst du dein Brot essen, heißt es in der Bibel. Menschliches Leben kann man als einen Kampf gegen den Hunger beschreiben. Religiös betrachtet beginnt die Geschichte des Menschen mit der Lust an der verbotenen Frucht. Hat das Essen mit seinen Ritualen, Verboten und Geboten eine religiöse, sakrale Bedeutung? Welche Werte bestimmen, was wir essen? Wird durch das Essen das Göttliche erfahrbar? Darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen des Geschmacks. Zum einen mit der estarkischen Vreni Giger, die als Grande Dame der Björkische gilt, und zum anderen mit dem Journalisten, Foodkolumnisten und Buchautor Christian Seiler. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Frau Giger, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Heute sind Sie Gastgeberin in Zürich, in Riegeblick. Ihre Kindheit war auch ziemlich verbunden mit der Natur, mit dem Kochen, mit dem Essen. Wenn Sie für einen kurzen Moment Ihre Augen schließen und an die Heimat denken, was für einen Geschmack durchströmt Ihr Inneres? Ein sehr schöner Essen war bei uns immer sehr, sehr zentral und ist auch immer noch sehr zentral bei uns in der Familie. Wenn sich die Familie trifft, trifft man sich zum Essen. Es ist sehr wichtig, dass man dann gemeinsam um einen Tisch sitzt und miteinander isst und auch miteinander spricht. Ich kann wirklich sagen, meine Mutter ist eine hervorragende Köchin. Ich habe da sehr, sehr viel von ihr mitbekommen, was es heisst, was ist gut. Und wir haben halt auf dem Bauernhof auch wirklich mit der Natur gelebt, mit eigenem Garten, mit eigenem Fleisch, mit selber schlachten und haben das ganze Tier so auch verwertet. Das ist das, was mich ausmacht. Das heisst, Heimat hat für Sie schon einen Geschmack? Auf jeden Fall. Also Heimat hat für mich einen Geschmack, wenn ich ihn betiteln soll, ist das Kartoffelstock mit brauner Soße und Apfelmus. Das ist doch etwas, womit wir was anfangen. Genau. Vielen Dank. Herr Seiler, Sie sind natürlich auch mit Essen verbunden aus Ihrem aktuellen Buch mit dem sehr schönen Titel Alles Gute. Erfährt man dies in ganz besonderer Weise. Aber wenn ich Sie richtig interpretiere, sind Sie nicht jemand, der auf der Suche nach dem Geschmack der Heimat ist, sondern eher jemand, der nach der Heimat des Geschmacks fragt. Und das auch noch plural. Sie sind ein kulinarischer Wildensammler. Was sammeln Sie da eigentlich genau? Ich sammle Momente, die mein Leben bereichern. Und das kann ja sowohl irgendwo in der Nähe sein. Also man kann ganz außerordentliche Entdeckungen machen, indem man einmal um die Ecke geht zu Hause. Oder man muss ans andere Ende der Welt dafür. Aber diese Eindrücke, diese Besonderheiten, die sich da offenbaren, die haben für mich schon immer mit Geschmack und mit Essen zu tun. Und ähnlich wie bei der Frau Giger ist es natürlich so, dass man, das Essen ist immer der Ort, der Esstisch ist der Ort, wo die Menschen zusammenkommen, wo man gemeinsam isst. Und wie man weiß, natürlich beim Essen auch immer über das Essen spricht. Meistens über das nächste Essen. Ja, ja, schön. Frau Giger, Sie würde gerne fragen, und zwar zwei Fragen, die so gegeneinander laufen, aber doch zusammengehören. Zum einen, wie fühlen Sie sich, wenn das Essen gelingt? Und zum anderen, was für ein Risiko gehen Sie da ein, wenn alles einfach misslingt und es nicht so wird, wie Sie sich vorgestellt haben? Aber erst mit dem Ersteren, das schönere Gefühl. Also, das ist natürlich sehr, sehr befriedigend. Also, es ist einfach ein befriedigendes Gefühl, wenn man Menschen, wenn man für Menschen etwas machen darf und nachher sieht, wie zufrieden die Leute sind mit dem, was sie essen, mit dem, was sie an dem Tisch erfahren dürfen. Und das hat auch nichts damit zu tun, was ich serviere. Also, es muss nicht ein absolut spitzenedles Produkt sein, sondern es geht vor allem auch um den Akt, ich mache etwas für jemanden. Und das ist auch das, was ich, wenn mich jemand einlädt, kriege ich den omnipräsenten Spruch, ja, weisst du, für dich ist es so schwierig. Und ich sage dann immer, weisst du, ich schätze es ungemein, wenn einfach jemand für mich etwas zubereitet. Und das kann ein Stück Brot mit einem Käse sein oder ein Topf Spaghetti, das ist völlig egal, sondern es ist einfach wunderschön, wenn sich jemand die Mühe macht, für jemand anderen zu kochen. Das heisst, Sie würden sagen, dass die Form wichtiger ist als der Inhalt? Also, der Inhalt muss schon auch gut sein. Also, wenn die Spaghetti dann total verkocht sind und die Tomatensauce angebrannt ist, macht es dann vielleicht nicht so viel Spass. Aber ich sage immer, mach doch einfach das, wo du dich damit wohlfühlst und wo du dich sicher fühlst. Aber ja, es ist richtig, mich kann man sehr, sehr gut einladen, weil ich bin ein extrem dankbarer Gast, weil ich es einfach toll finde, wenn sich jemand die Mühe macht, für mich etwas zu machen. Ja, ja, ja. Herr Seiler, warum ist es eigentlich wichtig, dass man sozusagen diese, einfach etwas, was sonst mit dem Hunger, mit Grundbedürfnissen zu tun hat, so etwas Lustvollem verwandelt? Weil es die Eröffnung einer neuen Dimension ist, weil Genuss und ein Geheimnis zu finden in einem Teller, in einem Geschmack, gehört zu den schönsten Momenten des Lebens. Wenn du irgendetwas vor dir hast, egal ob das jetzt ein toller Risotto ist, den du eigentlich kennst, wo du aber merkst, das ist jetzt auf eine ganz besondere Weise zubereitet. Das hat eine Tiefe, die ich bisher nicht kannte, wo du drüber nachdenkst, woher kommt die, was ist da passiert, damit ich jetzt diesen Teller vor mir habe. Das sind schon Momente, die außergewöhnlich sind und die sich auch ganz tief in meine Erinnerung eingraben. Es gibt so ein paar Bissen, wo ich mich ganz genau erinnern kann, wie die geschmeckt haben, auch wenn das schon Jahre her ist, als ich sie genossen habe. Und das sind so Momente, die beschreiben mein Leben und die strukturieren mein Leben. Und da hat das Essen eben eine ganz essentielle Bedeutung. Ja, dann ist die Frage, was ist lustvoller, zuzubereiten oder zu essen? Was, bringen Sie sozusagen, verschafft mehr Genuss? Oder kann man sie gar nicht gegeneinander ausspielen? Ich glaube, man kann das nicht gegeneinander aufspielen. Also es ist extrem schön zu essen, aber das Gefühl für ... Also man muss das vielleicht etwas unterscheiden. Also ich habe ein anderes Gefühl, wenn ich auf beruflicher Ebene etwas zubereite oder wenn ich privat etwas zubereite. Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Auf beruflicher Ebene will ich mein Bestes geben. Meine Gäste haben die Erwartung und dürfen auch die Erwartung haben, dass sie das Beste bekommen mit bestem Gewissen. Und natürlich kann auch etwas passieren, aber grundsätzlich dürfen sie die Erwartung haben, dass sie das Beste bekommen. Und das ist einen anderen Anspruch, den ich an mich oder auch an mein Team habe. Wenn ich das privat mache, wenn ich einen lieben Menschen einlade oder für Freunde koche oder einfach so, wenn ich das privat mache, dann koche ich auch sehr, sehr gerne mit jemandem zusammen. Ich finde das schon schön, zusammen in der Küche zu stehen, ein Glas Wein zu trinken, zu reden, zu schnipseln, irgendetwas zuzubereiten. Und das ist dann schon der Beginn des schönen Aktes. Ja, das verstehe ich sehr gut. Und das ist auch das, was auch, glaube ich, Herr Seiler, Sie haben es mit dem Begriff Geheimnis sozusagen kurz angedeutet. Das würde mich interessieren. Sie haben auch in Ihrem Buch, glaube ich, sehr schön nach einem gewissen Meer geschrieben, was Sie auch erwarten, wonach Sie auf der Suche sind. Was ist dieses Meer? Es ist der Moment, wo sich etwas öffnet, wo du etwas erlebst, was du in der Form noch nicht erlebt hast. Und das muss jetzt gar nicht etwas Großartiges sein, eine unglaubliche Komposition in der Spitzenküche. Kann es aber auch sein, natürlich. Aber es kann auch etwas ganz, ganz Elementares sein. Was weiß ich, jetzt im Urwald von Vietnam ein Stück Ananas zu bekommen, auf dem Chiliflocken sind. Und das ist ein Moment gewesen, wo ich mir denke, wow, da passiert jetzt etwas, was mich mit diesem Ort verbindet, was mir eine Kombination vorführt, die ich nicht kannte, was mir etwas, meinem Leben etwas hinzufügt und was mich reicher macht. Ja, ja. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Für Sie spielt ja auch Ritual eine bestimmte, sehr wichtige Rolle bei der Zubereitung. Sie haben auch bestimmt Ihre eigene Geheimnisse. Spielt dort auch Ihren, sagen wir, religiösen Wurzeln eine Rolle? Ich habe mir über meine religiösen Wurzeln zum Thema Essen eigentlich erst Gedanken gemacht, als ich eingeladen wurde für diese Sendung. Und ich denke, es ist einfach der ganze Akt des Essens und des gemeinsamen An-den-Tisch-Sitzen ist per se religiös, egal, an welche Religion man glaubt oder überhaupt nicht religiös ist. Aber einfach so das gemeinsame An-den-Tisch-Sitzen ist schon ein Akt dessen. Das wurde mir eigentlich auch bewusst, als ich mir so Gedanken zu dieser Sendung gemacht habe. Ja, in der Tat. Dieses gemeinsame An-den-Tisch-Sitzen, das ist in der Tat etwas Ur-religiöses, diese Gemeinschaftsspendende. Das Interessante ist gerade, dass am Essen ja etwas sich auch scheinbar offenbart. Sie beschreiben das als das, was sich öffnet. Dieser Wow-Gefühl, diese Geheimnisse, das, worüber Sie vielleicht auch nicht verfügen. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu dem Unverfügbaren? Also ich versuche nicht, die Griechenfrage direkt zu stellen, wie haben das wieder Religion, sondern ... Ich finde im Essen und Trinken immer wieder mal mysteriöse Momente, die durchaus etwas quasi-religiöses haben können. Also die Übereinstimmung von Moment, Gesellschaft, Stimmung, vielleicht Musik. Ich weiß es nicht. Manchmal stimmen die Dinge auf eine Weise überein, dass man das Gefühl hat, das sage ich jetzt auch so platt, man ist im Himmel. Und das hat durchaus etwas Religiöses, wie ja auch die ganze Spitzengastronomie spielt ja ununterbrochen mit Ritualen, die gar nicht unähnlich sind zur Liturgie in der Kirche oder so. Aber diese Momente sind für mich sehr, sehr wertvoll. Und da finde ich dann auch etwas, wo ich einen Moment der Vollendung erlebe und das Gefühl habe, hier ist ein Knotenpunkt in meiner Biografie. Hier geschieht sozusagen etwas Größeres. Ja. Aber zugleich scheint ja das Essen nicht nur zu verbinden, Gemeinschaft zu stiften, und die Grenzen dann auch zu trennen. Also gerade heute erleben wir das, glaube ich, in einer ganz expliziten Form. Das Trennende kann sein, indem wir sozusagen auch Essenskulturen voneinander unterscheiden. Es gibt Vegetarier, Veganer, Paleotarier, Flexianer, Fuguitanier. Es gibt auch koscheres Essen, Halalessen, Fasten, Verzicht. Alles Regeln, die eigentlich das gemeinsame Essen über die Grenzen der eigenen Gemeinschaft hinaus auch etwas schwierig machen. Das bin ich nicht gleicher Meinung. Ja. Weil ich finde, wenn man dem Ganzen einfach offen gegenübersteht, dann kann ich doch an einem Tisch sitzen mit jemandem, der vegan ist oder vegetarisch isst. Oder, also, ich muss mein Gegenüber ja nicht nach dem Essen beurteilen, sondern wir essen gemeinsam. Und ich denke, man kann entweder etwas Gemeinsames finden oder jeder isst für sich das, was er essen darf. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns im Moment ausmacht, dass wir einfach sagen, ja, du bist vegetarisch oder du bist vegan und da kriegt man schon einen Stempfel. Ja. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Ich habe auch überhaupt keine Mühe, wenn einer Allergiker isst. Das ist ja schon mal per se nicht schön für die Person. Warum soll ich ihn dann noch mit dem Finger quasi anzeigen, ja, du darfst keine Milch trinken. Jetzt machst du mir das Leben noch schwerer. Er kann ja nichts dafür. Also mache ich doch etwas halt ohne Milch oder ohne Milchprodukte. Obgleich die Zubereitung dann auch natürlich schwieriger wird, wenn Sie Gäste haben, die ganz unterschiedlichen ... Sie wird einfach anders. Sie wird anders. Das ist, glaube ich, das, was in religiösen Diskursen man interreligiöse Sensibilität nennen würde. Da die sozusagen das Trennende nicht als etwas begreifen, obgleich es sozusagen schwierig und mit Mühe verbunden ist, was uns so trennt, dass es lästig wird, sondern Sie erkennen dort auch gerade die Kraft des Essens, des Zubereitens. Ich glaube, es hat einfach mit der persönlichen Einstellung damit zu tun. Und für mich ist es schwierig, wenn mich jemand angreift, weil ich Fleisch esse, weil ich greife auch niemanden an, wenn er kein Fleisch isst. Und ich finde, das ist so der Grundauszug von meinem Persönlichen, was ich finde. Ich finde, es darf jeder essen, was er will, was er möchte. Und ich beurteile oder verurteile niemanden. Und ich finde auch, dass man da jetzt so eine Riesengeschichte daraus macht, dass da so Unterschiede drin herrschen. Da schafft man etwas, was gar nicht nötig ist. Ja, ich verstehe. Aber da ist es natürlich so, dass es Leute gibt, die auch mit einem gewissen Recht, muss man sagen, kritisieren das alle essen, was sie wollen. Gerade was das Fleischthema betrifft, jetzt in der Klimadiskussion zum Beispiel, da wird die industrielle Fleischherstellung als ein wesentlicher Grund genannt dafür und auch durchaus plausibel, dass das Klimaproblem in der Form ... Also es trägt einfach zu dem Klimaproblem bei. Und junge Menschen, mein Sohn zum Beispiel, sind deshalb Vegetarier geworden. Wir haben da immer wieder diskutiert drüber. Ich fand das dann eigentlich eine sehr gute und interessante Übung, gemeinsam mit ihm vegetarisch zu essen und viel weniger Fleisch zu essen und ausgesuchter Fleisch zu essen. Und sich über diese Dinge dann auch Gedanken zu machen. Weil das sind einerseits auch Lernprozesse im Spiel. Aber um das geht es ja genau. Ich sage ja nicht, ich sage immer, ich möchte essen, was ich will, aber ich mache mir Gedanken darüber. Und ich finde auch, es ist nicht nötig, dass man jeden Tag oder auch aus dem Discounter, sondern ich mache mir schon Gedanken darüber, woher ich was kaufe. Und für das stehe ich ja auch mit der Regionalität und auch mit den sehr hohen Qualitätsansprüchen an die Produkte. Da bin ich auf jeden Fall gleicher Meinung. Es darf nicht so weitergehen. Aber das ist ja das Verrückte, dass die Schere immer weiter aufklafft. Auf der einen Seite das absolut Billige. Das darf man eigentlich nicht kaufen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die sich das absolut hohe Qualität nicht leisten können. Also da gibt es einfach einen grossen Spalt. Und das ist ja das Schwierige dabei. Bleiben wir bei dem Nachdenken und Reflektieren, was sozusagen auch eine neue Dimension eröffnet. Bei Ihnen, von Ihnen weiss man, das ist, glaube ich, der Segenfluch, jetzt öffentliche Person zu sein, dass Sie ja auch früher durchaus etwas schon gespottet haben, wenn man über Fleischersatz gesprochen hat. Denken Sie an Soja oder so etwas. Und dann hat sich das in gewisser Weise gewandelt. Wie kam es zu dieser, wenn ich es so sagen darf, Konversion? Konversion würde ich es nicht nennen insgesamt. Aber es ist, ich habe einfach ein paar Erfahrungen gemacht, die meine Meinung von vor ein paar Jahren einfach überholt haben. Also ich habe gelernt, kann man sagen. Und das ist eigentlich schon alles. Ich habe, es stimmt, ich habe gespottet darüber, dass es so etwas gibt wie Veggie-Metzgereien und so. Ich fand das auch irgendwie blöd. Und bin dann aber draufgekommen, dass man jetzt so mit gewissen Ersatzprodukten eigentlich sehr gut kochen kann. Und diese Erfahrungen werde ich weitermachen. Aber ich werde mir dann auch vorbehalten, über irgendwas anderes zu spotten. Ja, das ist doch schon mal ein Lernschritt. Vor allem, ich glaube, wir lernen auch gemeinsam, dass Sie auch irgendwie keine Ersatz sind, sondern auch Eigenwertigkeit haben, wenn man die zu schmecken lernt. Und sozusagen nicht immer etwas anderes ersetzt, was wir lieber und gerne hätten. Das gehört auch dazu. Ich meine, wenn Sie sich aus der islamischen, mystischen, spirituellen Tradition, dann gibt es diese Idee ziemlich früh, dass wir Gott eigentlich nicht rational und kognitiv erkennen können. Sondern der Zug zu Gott geschieht durch etwas, was über unsere Ratio hinausgeht. Die sprechen von so etwas wie Geschmack Gottes. Man muss lernen, Gott zu schmecken, um seine innere Sehnsucht zu stillen. Können Sie mit so einem Konzept etwas anfangen? Ja, es ist ja nicht so verschieden zur Transsubstantion in der katholischen Messe. Wir essen ja als Katholiken den gekreuzigten Jesus. Und auch diese Verwandlung hat ja auch mit Geschmack zu tun. Es schmeckt übrigens immer ganz grauenvoll. Diese Oblatten sind eine Zumutung. Und ich habe eine sehr lustige Erfahrung gemacht mit einem Pfarrer, der dem Weingenuss sehr zugetan war, ein ganz großer Weinschmecker war und unglaublich gut verkosten konnte. Und der hat sich dann von einem befreundeten Winzer einen Messwein machen lassen, damit er seinen Herrgott ehrt, indem er sein Blut auf gehobenem Niveau verzehrt. Dafür habe ich auf jeden Fall einen Sinn. Willen Sie ihm beipflichten? Auf jeden Fall. Und worin? Also sozusagen, dass es grauenhaft schmeckt oder dass es überhaupt so einen Sinn für Gottschmecken auch existieren kann? Ich glaube, beides. Also wir kennen das in der evangelischen Kirche ja auch. Und auch da finde ich jedes Mal sehr speziell, wenn man irgendwie ein Stück, keine Ahnung was, bekommt, was man essen soll. Ich finde dann auch, man könnte ja auch ein schönes Brot aufschneiden, was schmeckt. Das würde ja nichts passieren. Ja. Und was mich berührt an dieser Stelle ist das, was Sie jetzt mehrfach betont haben, die Einfachheit des Essens. Und das haben Sie auch hervorgehoben, es geht einfach ein Stück Ananas. Das Essen scheint so etwas in sich zu tragen, dass wir nicht unbedingt pompös haben müssen, damit wir eine innere Erfahrung machen. Sondern es kann auch die Zubereitung sein, die Einfachheit sein, die Person sein, die das zubereitet. Und die Weise, wie wir dies auch kultiviert, vielleicht Gemeinschaft bildend zu uns nehmen. Und was auch natürlich dadurch gezeigt wird, ist die ethische Seite des Essens, die heute natürlich auch sehr, sehr klar sichtbar ist. Es geht immer um das gute Essen, das gesunde Essen, das wiederverwertbare. Es geht aber auch um Fairtrade und so weiter. Wie würden Sie diese Seite, oder welche Rolle spielt eigentlich für Sie in Ihrem Beruf, auch dieser ethische Implikation? Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass das heute so sensibel gehandhabt wird. Man hat das, als ich zur Lehre ging, und auch noch in meinem Beginn meines beruflichen Daseins, war das überhaupt nicht so. Man wurde verlacht, wenn man nicht zu jeder Jahreszeit alles anbieten konnte. Oder man wurde belächelt, wenn man von einem Tier alle Stücke verwendet hat und nicht nur das Edelstück. Und heute ist das völlig normal. Heute wird man daran gemessen, wie viel Food Waste man hat. Oder es hat Firmen, die sich explizit auf Food Waste spezialisieren, dass man da noch mal etwas daraus macht. Ich finde diese Sensibilisierung sehr, sehr, sehr gut. Das ist wirklich so. Ja, es wird zum Teil eine Religion daraus gemacht. Es ist dann wieder so etwas, das Schwierige dabei, wenn man nur noch an dem gemessen wird. Oder nur noch ... Es muss ein Mittelweg gefunden werden. Aber das ist ja in allem so. Man ist erst auf der einen Seite vom Extremen und dann auf der anderen Seite vom Extremen. Und dann findet man einen Weg. Ich denke, das ist mit dem Vegetarischen genau dasselbe. Man findet einen Weg für sich selber. Vielleicht ist der Weg so, dass ich nur noch vegetarisch esse und vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat oder wenn ich gerade nach dem Lustbetrieb, Lustprinzip, ein Stück Fleisch oder einen Fisch esse. Man muss den Weg für sich selber finden. Aber diese Art von Sensibilisierung ist sehr, sehr wichtig. Ja, klar, weil es gibt auch eine Dekadenz am Essen. Es gibt Fastfood, es kann nicht schnell genug gehen. Wir fragen erst recht nicht, was es ist, sondern es geht nur darum, dass es irgendwie vielleicht auch ein emotionaler Hunger gestillt wird. Und je schneller wir davon abkommen und dann wieder uns zu dem widmen, was eigentlich zählt, scheint auch zu unserer Gegenwart zu gehören. Und zugleich ist die Frage, die ich an Sie gerne stellen würde, das Moralisierende am Essen. Ist das noch zu ertragen für jemanden, der so vielfältig auch aufgestellt ist? Ich ertrage das gut. Es ist eine, ich finde, allein die Tatsache, dass gefragt wird, ist ein Fortschritt. Tatsache, dass du als Gastronom jetzt zum Beispiel angehalten bist, zu sagen, offen zu legen, transparent zu machen, wo kommen die Lebensmittel her, wer sind deine Produzenten, was machen die, wie arbeiten die. Und dass eigentlich jeder gehobene Wirt Auskunft geben muss auf diese Fragen. Das ist ein Fortschritt. Das ist ganz eindeutig ein Fortschritt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das natürlich auch nur einen kleinen Teil unserer Realität abbildet. Weil der wesentlich größere Teil, der findet statt in der Tiefkühlpizzaherstellung, in der Junkfood-Herstellung, in dem Zeug, das esse ich alles nicht. Und zwar, weil ich es nicht unterstützen möchte. Und weil es schmeckt scheiße. Es ist ungesund. Es hat einen ganz langen Rattenschwanz an Dingen hinter sich, den ich nicht ausstehen kann. Und ich finde, das ist natürlich auch schon wieder ein Moralisieren, das ich jetzt beginne. Ja, klar. Und ich finde gut, dass die Moral einen Platz gefunden hat in unserer täglichen Ernährung. Es braucht noch viel mehr. Die Frage, die mich auch persönlich noch sehr berührt, ist, wenn wir über den Genuss sprechen und überhaupt das Essen geniessen, wie können wir überhaupt darüber reden? Oder überhaupt Essen noch geniessen, wenn wir auch wissen, dass in diesem Augenblick, in dem wir darüber reden, es Menschen gibt und nicht wenige, dann Hungersnot sterben? Das ist eine ... Wenn ich jetzt anfange, ständig zu relativieren, wie lebe ich, wie bin ich angezogen, wie bin ich genährt, mein Wasser kommt aus der Wasserleitung und schmeckt großartig. Und wo es das überall nicht gibt und so, dann kann ich ja meines Daseins nicht mehr froh sein. Aber ich fühle eine Verpflichtung auch mir selbst gegenüber, dass ich mit dem, was ich habe, glücklich bin und dass ich das, was Sie jetzt ansprechen, das spielt eine Rolle in meinem Leben. Und ich versuche das nicht völlig auszublenden. Aber hier und jetzt bin ich schon mir selbst auch die Glücksmomente schuldig. Und vielleicht umso mehr, wie Sie es auch betonen, dass gerade dann wertvolles Essen, bedachtes Wissen, Aufmerksamkeit, auch eine Würdigung dessen ist, was uns geschenkt würde. Wie würden Sie mit, oder ist das ein Thema für Sie, einfach Hungerleidende, die auf der anderen Seite des Essens sozusagen stehen, die für Sie kein Essen haben und nicht die Wahl haben, was Sie essen mögen? Ich bin da etwas ähnlich oder eigentlich genau gleich eingestellt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da sein darf, wo ich bin. Ich möchte aber meinen Tribut diesem Thema zollen, indem ich einfach so nachhaltig wie möglich und mit so wenig Abfall wie möglich und mit einem sehr grossen Respekt der Nahrung gegenüber arbeite. Das ist so mein Tribut, aber es bringt, ich glaube, niemandem etwas, wenn ich bei jedem Wissen, den ich zu mir nehme, ein schlechtes Gewissen habe, weil an einem anderen Ort auf der Welt jemand verhungert. Also das bringt wie nichts, sondern ich denke, es hat damit zu tun, dass ich mir wirklich Mühe gebe, dass ich so wenig wie möglich wegschmeiße, dass ich respektvoll mit den Nahrungsmitteln umgehe. Das ist so mein Weg, den ich gehe. Ja, vielen Dank. Herr Seiler, wenn Essen eine Antwort wäre, wie würde dann die Frage lauten? Gut, ich meine, Essen ist ja auch etwas Elementares. Aber wenn ich jetzt so in diese poetische Welt hinein soll, dann würde ich sagen, die Frage müsste sein, was tut dir gut? Was möchtest du verinnerlichen? Was soll Teil von dir werden? Vielen Dank. Haben Sie vielen Dank für das schöne Gespräch. Das helle Licht am Ende des Tunnels, der eigene Körper von außen betrachtet, die komprimierte Rückschau aufs Leben, so lauten Beschreibungen von Nahtoderfahrungen. Was hat das zu bedeuten? Sind solche Erfahrungen Fenster ins Jenseits oder bloße Halluzinationen unseres Gehirns? Sehen Sie jetzt gleich einen Film zum Thema und um 11 Uhr dann das vertiefende Gespräch dazu. Ihnen einen schönen und geschmackvollen Sonntag. von der Rückschau, Das ist das, was ein Film zum Thema Vielen Dank.